ein neuer tag eine neue last so sieht es jetzt aktuell hier aus die nehme ich vielen dank ich habe sogar ein pfeil irgendwo her welchen ne die würde ich sogar noch mal nach oben ziehen dass das einfach aussieht das wäre das der baum der das erhält was wir hier halt rein bauen das weiß ich noch nicht aber habe ich sogar nicht das so kann ich mir noch ein paar fische truppen weißt du dass es dann hier so aussieht quasi so ja den habe ich auch das hintergrad hingeplatzt jetzt sieht es dann quasi so aus dann kann man hier und dann haben wir uns theoretisch kommen ja einige tun hin machen und dann geht es hier in die nächste etage wo ich noch nicht weiß was passiert ich denke ich werde es einfach zu einem großen baum zusammenschmelzen dass es nicht ebenerdig ist sondern so ein bisschen nach oben geht aber da habe ich jetzt eigentlich keinen bock drauf ich werde jetzt noch hier nur das ding fertig machen so die fische hast du getroppt gehabt ne sieben jo dann könnte man eigentlich mal irgendwas sinnvolles machen mit sieben was zu essen okay mach mal hast du noch welche in die truhe getan ja ich würde aber nicht zu ouch in die kleine truhe kratner lachs nehme ich mit na dann gehen wir mal ich bin ready ach so hatten wir noch irgendwo kohle hier irgendwo weil ich nach oben gerne ausleuchten wollen würde kann ich nicht irgendwie fackeln machen ein lagerfeuer kann ich machen aber fackeln gold zack zack so ich musste mal hier vielleicht ein bisschen noch leer räumen bevor wir weitermachen zack 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 noch ein paar scheren auch hier bleiben surprise surprise so ich gehe nochmal kurz oben ausleuchten dann können wir los ich sehe irgendwie unseren baum brennen sobald wir wieder da sind keine ahnung witzig wärs so ich bin ready das probiere mal ein anderem mal ich denke da wird irgendwann ein richtig geiles angebot machen wo wir sagen boah nice wir müssen irgendwann auch mal einen ordentlichen mineingang machen ich habe kopfschmerzen im wunder gehen mit wasser hat man es glaube ich gekennzeichnet ne ich habe keine eisenpick ex wenn was ist ja wollen wir vielleicht nochmal zurück gehen ich habe notfalls holz mit das kriegt man schon irgendwie hin und jetzt ja ich auch ich habe aus dem Sinn gefühlt alles geflutet das war definitiv dein weg und nicht meiner easy ich habe run skills ich habe run skills ich lerne to play ich höre zumindest lava und jetzt hier hoch ja äh redstone bist du jetzt runter oder hoch ganz ehrlich wie du hier lang gegangen bist ui das sieht aber schön aus hier ist das echt nicht hierher verfrachtet? ist noch kohle? was war ich? ich baue ja kohle ab ich dachte du machst vorne das iron wo wir gerade vorbeigelaufen sind ich dachte wir gehen in eine mine weil wir was abbauen wollen und nicht weil du sagst nur ihr habt nichts geht übrigens in die nächste etage geh weg riechst du hast du Fackeln mitgenommen? das hier ich lauf dir hinterher ich kann hier wenigstens beim sterben zuschauen muss ich jetzt wirklich die mine looten? naja aber in der mine gibt es wahrscheinlich Ärzte und dann nimmst du keine Spitzhacke mit wow ja wäre klasse ich habe Gold gefunden ich habe keine Eisenspitzhacke und dann nimmst du die Welche Treppe hätte man aufmachen können. Hier ist Lava und Eisen und ich höre Wasser, also Kohle ist hier ohne Ende. Ja, quasi. Endlich Bitcoin. Das ist nett, danke. Ja, die ist gerade in der Lava verbrannt. Nein. Ja, okay. Echt schön aus, ne? Hm, Sackgasse. Gibt es eigentlich eine Methode wie ein Bohrer oder sowas, wo man dann schneller abbauen kann? Ist das ein Zauberer oder? Aber sowas wie ein Bohrer gibt es nicht. Ich glaube, ich sehe einen Zombie. Hier sind auf jeden Fall überall Spinnweben. Aber wir finden auf jeden Fall eine Menge Eisen und das ist auch schon mal viel wert. Wir können uns dann, glaube ich, mal das Zeug komplett aus Eisen craften. Ich bin hier oben eigentlich nur am abbauen. Ich hänge dann irgendwas fest. Ah, das sind Spinnweben. Okay. Hier ist die Treppe, die du vor uns meintest, hast du die gebaut? Was ist denn los? Ich komme. Ich mache noch kurz die Kohle weg. Ich habe hier hinten einen Zombie, aber das macht nichts. Bist du oben? Wo bist denn du? Glaubst du mir, dass ich dich nicht sehe? Ich mache kurz den Zombie weiter. Ich habe einen Spawner gefunden. Mit Diamantenpferderüstung. Ein Namensschild. Jetzt habe ich vergessen, was einer in den Kommentaren geschrieben hat. Ah. Welche Taste war das, wo ich alles auf einmal machen kann? Kürbiskerne habe ich gefunden. Kürbiskerne. Kanin kann man nicht lassen. Sattel nehmen wir mit. Ich habe Redstone, verrottetes Fleisch. Ganz viel Müll. Oh, hier spawnen immer noch Leute. Noch mehr als der Advent. Mein Bizeps brennt. Ja und ich haue ab von dir. Ich denke es nämlich nach Maggi. Also bei mir ist wie gesagt der Zombie Spawner. Also wenn es ein Spawner ist. Aber ich denke so ein Viereck mit irgendwas drin. Wo ständig Zombies kommen, sieht verdächtig an einem Spawner aus. Hi. Jo. Ich möchte die Schönheit sehen. Ich habe gesagt die Schönheit. Nicht das zweitschönste auf der Welt. Ich kann es auch mal Fackeln aufstellen. Was heißt denn davon? Oh, hier sieht es wirklich schön aus. Sehe ich da Diamanten? Was sind denn das für Blühblumen da? Erst mal abbauen. Du. Vielleicht nicht so mit dem Wasser, das sieht so gruselig teilweise aus. Mach mal ein Blatt. So viel Kohler. Du baust das Zeug auch nicht mehr ab, kann das sein? Dann nimm mit. Wieso sieht es dann hinterher nichts mehr? Du wirst hier die Schienen haben? Dann gehen wir mal zurück. Ich habe auch einen Wassereimer, also wir können eigentlich auch nach unten gehen. Und ich glaube mein Inventar ist voll. Vielen Dank. Ist noch einmal Kohle, aber scheiß drauf. Jetzt zurück. Das Eisen. Wollen wir runter? Wo war denn hier das blau leuchtende? War es glow oder brown? Das war so close. Ich habe aber jetzt keinen Stein, um mich einzubauen. Das ist auf jeden Fall extrem viel Wasser. Ich habe einen Wassereimer gehabt. Hier ist gruselige Musik. Ist das gut? Ich habe halt nichts wirklich, um mich hier voranzubauen. Durch das unsichtbare Wasser sehe ich nicht, wo ich langen muss. Das ist mir voll verwirrend. Ne, das mache ich nicht. Ich gehe lieber nach unten. Jetzt erkundest du hier wieder den ganzen Spaß ohne mich. Nice. Bist du da gelaufen? Bist du an der Lava vorbei? Bist du an der Lava vorbei? Ne, jetzt will ich nicht mehr. Ach, ich bin hier, glaube ich, wieder am Eingang. Unter uns ist wieder die Lava. Ich habe eine Eisensplitzhacke. Soll ich ein Restaurant abbauen? Nein. Seht nur, wer es abbaut. Do it. Komm gleich. Mach gerade ein Redstone weg. Wer geht denn unvorbereitet in eine Mine rein? Ein Zwerg geht sogar an Holzfällen mit Spitzhacken. Komm es mal bitte her, weil ich kann die Redstone schon nicht mehr mitnehmen. Selbst das Eisenerz. Hier, da wo ich drin war. So, ich muss jetzt was freischaufeln. Weizen zwei. Ich habe die erst gefunden. Ja, Alter. Ich bin der beste Diamanthandler überhaupt. Wie viele Dias hast du schon gefunden? Ich sehe ja keine Dias. Komm es dann bitte her, weil ich habe hier wieder Redstone, den ich dich mitnehmen kann. Mach hier unten gerade noch Cola. Mach Eisen gefunden. Ist es jetzt schon hier gewesen? Hast du einen Redstone abgeholt? Ich kann die Cola auch nicht mehr mitnehmen. Wärst du es so lieb? Warte, der ja noch. Es geht noch weiter. Warte, fuck. Null. Ja. Vielleicht habe ich auch geschwindelt. Ich habe einen Wassereimer, soll ich? Ich will aber gucken, ob da unten Dias sind. Null. Eisnerd, Eisnerd. Creeper. Auf dich ist hier kein Verlass. Komm mal bitte her. Redstone, den musst du mal bitte mitnehmen. Guck mal. Wenn du hier dann lang gehst. Ist das nicht Stein? Das ist Stein. Ich würde mal... Oh, das war ziemlich dumm. Ich muss hier nicht aussehen, wie in die Lava geschwemmt wird. Magic. Ich muss hier nicht aussehen, wie in die Lava geschwemmt. Ich muss hier nicht aussehen, wie in die Lava geschwemmt. Also Kohle finde ich hier fast am meisten. Ich finde der 21. Das ist Larpis oder Dias? Das kann Larpis sein. Es leuchtet dunkelblau, böse Lava, böse Lava. Nein, 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 nein. Ich bleib einfach mal dort. Fühl ich mich ganz zufrieden. Und daneben sind Dias. Nell. Da kommt Lava. Ist er auch Lava? Ist er jetzt auch Lava? Wieder mindestens zwei Dias? Oh. Mindestens drei Dias? Das könnten acht Dias sein. Soll ich die freigeschaufelt lassen, dass wenn wir irgendwann mal hier diese Silk Touch haben, dass wir mehr haben? Also nehme ich jetzt die acht Dias einfach mit. Wollen wir dann langsam mal hoch? Irgendwas safen, bevor hier wieder irgendwas schief geht? Könnte ich ja zum Beispiel jemanden in die Lava schubsen. Jetzt ist mir dieses Lila noch. Ah, das ist Redstone wahrscheinlich. Raus doch ab. Ich habe hier noch Redstone, den ich nicht mitnehmen kann. Und zack. Redstone hat mich zu Gold geführt. Gold hat mich zu Redstone geführt. Was kommt als nächstes? Dias? Ist irgendwas, was ich wegschmeißen kann? Also ich würde mal gerne hoch. Wir können später nochmal erkunden. Ich höre glaube ich eine Spinne direkt neben mir. Das ist ein Spinner. Ne, das sind nur Spinnweben. Noch mehr Eisenerz, das können wir aber mal mitnehmen. Das ist noch eine Spinne. Ne, gut, das klang nur so. Darf ich hier im Kreis? Das ist ein Feuer. Nice, aber ich mache auch gerade nur das weg, was ich noch wegbekomme. Irgendwie ist das strange. Ich verlaufe mich in meinem Weg selbst. Hm. Und wie geht es jetzt hier raus? Gold. Fackeln sie erstmal gut, dann war ich wahrscheinlich dort. Natur. Ich habe das Gefühl, ich bin gerade ein Knecht. Perfekt getimed, ich habe jetzt fast keine Spitzhacke mehr, ich würde jetzt gern hoch. So, und wo bist du jetzt, du hast ein Spinner. Du Glücklicher. So. Das ist eine Menge Cola. Was sind du? Scheiße. Ich sehe dich erstmal. Ist das irgendeine Blume? Da unten ist ein Skelett, wo ich gerade gar keinen Bock drauf habe. Ach komm, scheiß drauf. Keinen Bock hier zu suchen. Ich habe Eisen gefunden. Yay. Ich habe Eisen gefunden. Bye. Wir müssen aber nach oben. Nö, ich gehe jetzt hoch. Schau jetzt ab. Keinen Bock mehr. Oh. Eine Spinne und zwei Zombies. Drei gegen eins. Komm. Wie ein LOL. Wie ein CSGO. Wie ein Warzone. Easy. Downed Bitches. Oh, ich dachte gerade, du bist ein Skelett oder sowas. Holy shit. So. Bauen. Eisen. Eisen. Was denn? Ich weiß. Ich weiß. Ich weiß, was wir alles nicht haben. Ich habe das gedacht. Ich weiß, was es lang geht. Ähm. Pfff. Hier war das Spawner. Das heißt. Ich bin von hier gekommen. Hier längs. Gehen wir gleich hier lang? Ach, warum ist hier eine Spinne? Geh doch mal weg. Ich habe das Gefühl, ich laufe im Kreis. Hm. Ist sie irgendwo hoch? Nee. Hier war man sicherlich nicht, weil hier so viel Eisenerz ist. Jetzt geht es aber erstmal eine Etasche höher, was ja nicht schlecht ist. Da vorne funkelt irgendwas. Hier wurde relativ viel... Oh, oh. Enderman. Wurde relativ viel abgebaut. Wo kommt denn das Wasser her? Ich baue mich jetzt nach oben. Ich baue mich jetzt genau... Ich baue dich, Stepbrother. Bitte baue nicht gleichzeitig mit, sonst baust du mir das ab. Oh man. Du, 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 du. Wäre jetzt richtig dumm, wenn wir unter unserem Lavapool rauskommen. Sandstein? Was ist das? Ich glaube wir sind bei Sand rausgekommen. Sind wir jetzt direkt bei der Base rausgekommen? Wir sind direkt unter unserer Base rausgekommen. Fast ja. Ja. Ja, ich helfe. Schwimm das Wasser hoch. Joke. Haha. Guck. Hier drüben ist die Base. Da ist ein Creeper direkt bei uns. Dann locken wir erstmal weg, dass er hier nichts kaputt macht. Komm her, Creeper. Geh zum Händler. Lass den explodieren. Schade. Ach herrje. Komm, wir gehen auf X-Pen-Pasta. Sind sie oder ist sie nicht? Ich habe keine Ahnung. Ich finde... Eine spezielle Episode. Okay, ich komme mit ins Bett. Nacht.